Wunderschönen guten Tag zu dieser kleinen Short News und jetzt ist etwas relativ Ungewöhnliches passiert, denn Nintendo bzw. die Pokémon Company hat eine neue Pokémon Direct relativ früh angekündigt und zwar für den 5.6.2019, das heißt am 5. Juni 2019 um 15 Uhr wird es neue Details zu den neuen Pokémon Spielen Schwert und Schild geben. Das Ganze wird 15 Minuten geben und es werden eine ganze Menge neue Details offenbart, da dürfen wir auf jeden Fall sehr gespannt sein. Das wollte ich euch noch sagen, jetzt muss ich aber los und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao!